Hallo liebe Zuschauer, ihr seid herzlich willkommen zu der Vorstellung von unserem Projekt ArtCode. Bei diesem Projekt geht es hauptsächlich darum, ein Spiel zu erstellen, was die Handlung und einen spannenden Quiz enthält. Warum haben Sie diese Entscheidung, dieses Spiel zu machen? Unsere Problematik ist, dass manche Leute Kunst zur Geschichte langweilig finden, oder? Und wir wollen zeigen, dass es nicht so ist mit diesem Spiel. Unsere HOPD ist Ihnen als Spieler ein Gefühl zu geben, dass Sie in diesem Moment sein. Ja genau, damit es etwas einfacher für uns ist, haben wir für das erste Twinery genutzt. Das ist eine Webplattform, die Story-Spiele mit Hilfe von HTML, JavaScript und CSS man entstellen kann. Es ist ziemlich einfach, man hat, einen Moment, genau. Ja, hier wäre der Stab, gekennzeichnet mit dieser Rakete. Und einer dieser Blöcke ist sozusagen jeweils eine Seite von HTML. Hier kann man Text einfügen, hier gibt es auch mehrere Optionen, die Textfarbe zu ändern, die Textgröße und so weiter. Genau, das kann man alles dann zu einem Spiel zusammen kompilieren. Das wäre jetzt das fertige Exemplar. Also in unserem Projekt gibt es drei verschiedene Teile, wie Literatur, Musik und Kunst. Also im Literaturenbereich kann man die Geschichte lesen und die Fragen beantworten. Und im Kunstbereich kann man sich selber fühlen wie in einer Galerie. Und dann, zwischen diesen Geschichten kann man sich... Entschuldigung. Also dann, zwischen diesen Geschichten können Sie Ihre Gefühle verlassen und die Fragen beantworten, die ihr viele Informationen gibt. Und im Musikteil haben wir ganz interessante Geschichten, verschiedene Orte und ganz interessante Informationen. Und wirklich ein gutes Quiz. Also wir haben drei Abteile und die sind dann noch in drei weitere Genres aufgeteilt. Wir zeigen euch gleich Romantik, das ist ein Beispiel. Wir konnten aufgrund von Zeitproblemen nur drei Genres bearbeiten. Und Konstantin geht jetzt die Handlung durch. Wir wollen nämlich gleich ein Quiz machen mit euch. Ihr dürft dann gleich reinrufen. Unsere Quellen waren einerseits ChatGPT und unser Wissen aus dem Unterricht. Ja, es ist eine ganz schön lange Handlung. Ja genau, hier. Ihr habt euch ja alles durchgelesen, deshalb könnt ihr jetzt sehr gut die Fragen beantworten. Also, was sind die zentralen Themen der romantischen Literatur? A, die zentralen Themen sind die Individualität, Emotionen, die Beziehung zur Natur, unerfüllte Liebe und das Streben nach Wahrheit und Selbstverwicklung. Und B, zentrale Themen sind technische Erfindung, Wirtschaft und das Streben nach Macht. Okay, wer ist für A? Ihr könnt laut reinschreien oder euch melden. Wer ist für B? Okay. Ich will erstmal A. A wäre die richtige Antwort. Okay, dann lass uns weiter machen. Die zweite Frage wäre, welche Rolle spielt das Individuum in der romantischen Literatur im Vergleich zur Gesellschaft? A, gesellschaftliche Normen spielen keine Rolle. Und B, gesellschaftliche Normen bestimmen, auf welche Art von Beziehungen akzeptiert werden und können Charaktere in ihren Entscheidungen und Konflikten einschränken oder leiten. Wer ist für A? Okay, ich glaube, das ist eine eindeutige Antwort und das ist richtig. Die nächste Frage. Welche Rolle spielt das Individuum in der romantischen Literatur im Vergleich zur Gesellschaft? A, das Individuum wird oft als Protagonist dargestellt. B, der gegen gesellschaftliche Konventionen ankämpft, um persönliche Glück und Liebe zu finden. Und B, das Individuum hat keine Bedeutung. Wer ist für A? Wer ist für B? Ja. Okay. B ist falsch. Ich gehe mir kurz die Fragen durch. Es wäre jetzt falsch. Falsch. Richtig. 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 Wir haben sieben aus zehn Punkten erreicht. Das ist sehr toll. Und nach der Handlung wird man jetzt diesen Stein finden. Und dann kann man wieder zurück zur Auswahl gehen. Danke. Richtig. Richtig. Untertitelung des ZDF, 2020